Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Glaubenssatz Gemetzel Spezial nehmen wir die Elementum International AG aus der Schweiz und die Elementum GmbH, wie genau sie eigentlich, wie genau der Firmenname ist, das erfahrt ihr später noch. Aus Deutschland unter die Lupe, diese zwei Firmen, die natürlich zusammenhängen, zusammenarbeiten und eben dieses Produkt Elementum ergeben, also einen Dienstleister, der sich um die gesamte Abwicklung beim Kauf, beim Invest von Edelmetallen, Silber vor allem, aber auch Gold und wenn ich es richtig sehe, eventuell auch Palladium, das werden wir dann gleich noch genau erkunden. Und diese Seite, dieses Unternehmen, dieses Projekt, nehmen wir heute einmal im Glaubenssatz Gemetzel ganz genau unter die Lupe. Vorweg sei gesagt, dieses Video ist zwar gekennzeichnet als Werbung, das liegt aber einfach daran, dass natürlich ich über diesen YouTube-Kanal selber auch Kunden gewinne, allerdings hat es direkt mit Elementum nichts zu tun, ich erhalte von Elementum nichts, ich stehe auch nicht in irgendeiner Beziehung zu Elementum, ich bin Kunde, aber ich kenne jetzt die Menschen dort nicht persönlich, also ich habe noch nie jemanden von Elementum getroffen, das einzige Mal vielleicht zwei Minuten ein Telefonat mit der Sekretärin gehabt oder so, oder ansonsten halt per E-Mail die ein oder andere Frage geklärt bei der Eröffnung meines Kontos, ich bin seit ungefähr ein bis zwei Jahren bei Elementum auch selber Kunde, ich nehme euch auch heute mit ins Dashboard, aber ansonsten bin ich so wie jeder andere Kunde einfach nur Investor bei Elementum, das heißt ich investiere in Edelmetalle mit Elementum. Und ich erhalte kein Geld für dieses Video, das ich mache, ich hatte einfach diesen Impuls mal über Elementum zu sprechen und dem folge ich einfach und mache heute daher einfach dieses Video und freue mich einfach, dass du dabei bist und wir einfach gemeinsam jetzt mal diese Firma unter die Lupe nehmen. Das heißt, ich nehme euch mit rein, du siehst jetzt hier auch den Bildschirm, hier Sparen am sichersten Ort Europas, das ist die Startseite von der Elementum und hier gehen wir jetzt einfach mal durch, du bist vielleicht jemand, der einfach generell meinen Kanal abonniert und dich einfach generell für die Videos interessierst oder du hast jetzt über die Suche, weil du nach der Elementum gesucht hast, dieses Video gefunden und entsprechend möchte ich dir natürlich heute einen guten Einblick geben, sowohl hier von der Oberfläche, die jeder sehen kann, als auch aber dann später die Oberfläche, sozusagen den Backstage-Bereich, den nur die aktiven Kunden mit aktiven Kontos sehen können. Da nehme ich dich natürlich auch mit rein und ansonsten starten wir einfach mal los. Ja, das heißt hier erstmal die Aussage Sparen am sichersten Ort Europas und wieso am sichersten Ort Europas, die Elementum, die macht es nämlich so, man kann hier einen Lagerplatz eröffnen und dann hier, ich bleibe jetzt mal beim Silber, sie handeln zwar auch seit einiger Zeit Gold, aber ich habe hier nur Silber investiert und darüber spreche ich jetzt auch vor allem, weil sie dafür vor allem bekannt sind, für Silber und aber auch später darüber spreche ich dann nochmal für die Möglichkeit auch zu switchen zwischen Silber und Gold und wir bleiben jetzt aber mal einfach, der Einfachheit halber beim Silber und du kannst hier halt einen Lagerplatz eröffnen gegen eine einmalige Gebühr, das sind ein paar hundert Euro, was es genau ist, weiß ich gerade nicht und mit diesem Lagerplatz hast du dann die Möglichkeit eben Edelmetalle zu kaufen und das Besondere hier dran ist, bei Silber ist ja anders als bei Gold das Problem, gerade für Menschen mit Wohnsitz in Deutschland, dass sie 19% Umsatzsteuer bezahlen auf die Silberbarren und das ist natürlich extrem viel und um das zu umgehen, hat die Elementum eben eine legale Möglichkeit geschaffen und das macht es auch so spannend, das war auch einer der Gründe, warum ich hier damals investiert habe. Du kannst hier eben einen Lagerplatz eröffnen, aber du erhältst dieses Silber nicht physisch ausgeliefert an dich, sondern dieses Silber wird gelagert in einem Zollfreilager in der Schweiz. Ja, das bedeutet, innerhalb dieses Lagers, solange wie du hier deine Barren dort liegen lässt und sie nicht entnimmst und in irgendein europäisches Land oder EU-Land einführst, solange sie dort liegen, sind sie innerhalb des Zollfreilagers zoll- und mehrwertsteuerfrei. Das heißt, du kannst hier 100% deiner Investmentsumme auch tatsächlich in das Silber investieren, natürlich abzüglich der Gebühren für natürlich, gerade bei so Edelmetallen, was immer super aufwendig ist, ist natürlich der Transport, der versicherte Transport überhaupt, dann das Schmelzen der Barren und so weiter und so fort, da gibt es ja so viel, was dahinter steckt und entsprechend sind die Gebühren auch sehr hoch, wenn man in Silber investiert, also ein Silberinvestment lohnt sich tatsächlich nur sehr langfristig gedacht, also mal mit mindestens 10 Jahren Aussicht, ansonsten in meinen Augen, ja, soll jetzt keine Beratung oder so sein in dem Sinne, aber ist ja eigentlich logisch, ja. Genau, das heißt, hier können wir einen Lagerplatz eröffnen, die nennen das hier Argentum Premium und, ja, dann eben langfristig hier nach Ihren Angaben damit Vermögen aufbauen. Hier eben ein paar Angaben zu Ihnen selbst, warum sollte man jetzt sich für die Elementum entscheiden. Das sicherste Land für die Lagerung geben Sie auch an, unabhängige Inventarisierung, darüber sprechen wir später auch nochmal. Genau, und das Wesentliche ist natürlich Kundeneigentum, das heißt, wenn die Elementum pleite geht, dann gehört das Silber nicht zur Insolvenzmasse, sondern bleibt natürlich im Eigentum der Investoren. Und das Schöne ist eben, dass man hier tatsächlich auch selber das physische Silber besitzt. Es ist also nicht nur irgendein Papier, das dir angeblich den Besitz von Silber nachweist, was es ja auch gibt, sondern es ist tatsächlich physisches, eingelagertes Silber, wenn wir natürlich das alles hier so glauben, ja, was hier eben auf der Seite steht. Und das sollten wir natürlich, wenn wir hier investieren. Und genau, dann hat man auch mit Sicherheit ein gutes Gefühl, haben Sie hier eigentlich ganz gut treffend beschrieben. Denn darum geht es am Ende. Wir vertrauen dieser Firma natürlich Geld an und da muss es natürlich gegeben sein, dass wir denen auch glauben können, dass wir denen vertrauen können. Genau, und was auch noch dazu gesagt, hier steht ja der Preisvorteil, wir bieten Ihnen unschlagbare Einkaufsmöglichkeiten, durch die Sie noch mehr Edelmetall für Ihr Geld bekommen. Was hier vielleicht an der Stelle noch hilfreich wäre, wenn Sie das noch ergänzen würden, aber jetzt ergänze ich das einfach mal. Warum ist jetzt die Elementum eventuell besser oder eventuell auch günstiger als andere Anbieter? Das liegt daran, dass es sozusagen eine Investorengemeinschaft ist, die gebildet wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur 200 Gramm Silber kaufen möchtest, dann musst du nicht super, super, super hohen Abschlag zahlen. Natürlich, wenn du so wenig kaufst, ist prozentual die Gebühr auch höher. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht genau sagen, das schauen wir uns lieber nachher genau an, bevor ich jetzt etwas Falsches sage. Der Vorteil hier bei der Elementum ist, dass Sie im Zeitraum von ungefähr einer Woche alle Bestellungen von allen Investoren sammeln und dann eben bei der Scheideanstalt, bei der Gussanstalt oder wie man es genau nennt, da dann eben eine gesammelte Bestellung eingegeben wird. Von allen Kunden, die investieren, wird dort die Bestellung gesammelt und dann wird eine Bestellung sozusagen aufgegeben und das ist natürlich prozentual viel günstiger. Dann wird ein Transporter beauftragt und es wird einmal ins Zollfreilager verfrachtet, das Ganze mit Sicherheit, also mit Versicherung. Und es muss nicht für jede einzelne kleine Bestellung alles einmal abgewickelt werden. Und dadurch entsteht ein gewisser unternehmerischer Preisvorteil, nenne ich das mal. Und dieser ermöglicht es eben hier etwas günstiger einzukaufen als eventuell bei Konkurrenten. Natürlich, trotzdem gibt es Gebühren, darf man nicht außer Acht lassen. Genau. Hier nach eigener Aussage, nach Terminvereinbarung können Sie es auch persönlich abholen, ausliefern lassen oder es sich in der Währung Ihrer Wahl überweisen lassen. Das sehen wir dann später, das zeige ich euch im Backend, also im Kunden-Login dann noch. Genau, hier Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, da steht es ja, da Sie in einer Gemeinschaft Bruchteile eines 15 Kilogramm Silberbarren kaufen. Genau, das ist auch noch wichtig zu sagen, die Elementum kauft ausschließlich 15 Kilogramm Silberbarren. Das ist so eine Normgröße bei Silber, die sehr, wie sagt man auf Deutsch, sehr gewöhnlich ist oder viel verwendet wird. Das heißt, die Elementum kauft ausschließlich 15 Kilogramm Silberbarren und ja, da ist sozusagen diese Gemeinschaft, was ich vorhin schon meinte, man investiert in der Gemeinschaft aus allen Investoren und gleichzeitig hat man aber den Vorteil der tatsächlichen physischen Einlagerung des Metalls. Ja, hier sind noch Informationen zum Gründer. Kann ich jetzt nicht zu viel sagen, ich kenne den Herrn nicht, weiß auch nicht, wie das jetzt hier einzuschätzen ist, was hier alles steht. Das habe ich jetzt alles nicht geprüft, sondern das steht jetzt einfach hier, wenn dich das da interessiert, wenn dich der Gründer auch noch weitergehend interessiert oder das Team, dann müsstest du dich dann selber mal mit beschäftigen. Dann gibt es einen Block. Hier sind die Gebühren. Da schauen wir auch gleich mal rein. Und eben die Partner, die eigentlich die Hersteller, die man so kennt, also die Barrenhersteller, Herreos, Umicor, genau, unten die Kontaktmöglichkeit. Dann schauen wir hier mal rein in die Gebühren. Genau, hier ist auch schon die Gebührentabelle abgebildet. Wie gesagt, wenn man so wie vorhin in dem Beispiel nur 200 Gramm kauft, dann wird das wahrscheinlich unter 2500 Euro sein. Und da sind die Gebühren natürlich wirklich sehr hoch, liegen jetzt hier bei 19%. Und ja, ab einem gewissen Betrag sinkt es dann aber auch rapide auf hier bis zu 9% runter. Das heißt, bei einer Anlagesumme hier von 100.000 Euro zum Beispiel werden davon knapp 91.700 Euro tatsächlich auch in das Edelmetall investiert. Und das liegt einfach an dem ganzen Ablauf, was halt alles dahinter steckt mit dem ganzen Einkauf und der ganzen Logistik dahinter. Das ist ja klar. Also das hast du auch eigentlich überall, wenn du auf gold.de oder silber.de dir mal die Angebote anschaust von verschiedenen Marktplätzen. Das sind ganz normale Gebühren, mit denen du da rechnen darfst. Ah ja, hier steht auch die Einrichtungsgebühr, 700 Euro. Ich habe es damals etwas günstiger erhalten, weil ich über einen Empfehlungskontakt gekommen bin. Ich selber bin jetzt kein offizieller Empfehlungskontakt für Elementum. Von daher kann ich dich da nicht empfehlen. Allerdings, wenn du das da ein bisschen günstiger haben möchtest, dann kann ich dich da gerne weiterleiten. Gut. Dann Rückkauf der Edelmetalle. Genau, das ist auch noch wichtig zu sagen. Mindestens 2,25% nach 10 Jahren allerdings erst. Das nennen sie hier Treuerabatt. Und wenn du, sage ich mal, nach einem Jahr schon deine Metalle wieder rausholen möchtest, dann liegst du hier bei 3% Gebühren. Das hier ist der Switch. Da sprechen wir dann später nochmal drüber. Das erkläre ich dir später nochmal. Das ist noch so eine Besonderheit von Elementum. Sie bieten dir die Möglichkeit, deine Silberbestände zu switchen in Gold, wenn halt entsprechend die Silber-Gold-Ratio sich verändert und du hier irgendwie, ja, du der Ansicht bist, jetzt ist ein guter Moment, Silber ist gerade vielleicht sehr teuer, Gold ist gerade sehr günstig, dann kannst du hier, ohne dass du erst das Ganze wieder in Euro umwandeln musst oder in die Währung deiner Wahl und dann neu Gold kaufen musst, kannst du hier direkt deinen Silberbestand in Gold wechseln. Und auch wieder mit dieser Gemeinschaft dahinter, mit der Unternehmergemeinschaft, die hier gemeinsam investiert. Und dadurch eben wieder zu einem gewissen Preisvorteil. So, dann haben wir noch die Lagergebühren, auch nicht außer Acht zu lassen. Natürlich, Silber ist ein relativ günstiges Metall im Vergleich zu Gold und damit sind natürlich die Lagergebühren prozentual auch höher, denn so einen kleinen Goldbarren zu lagern ist natürlich viel leichter, im wahrsten Sinne des Wortes, als einen großen 15 Kilogramm Silberbarren. Und entsprechend sind die Lagergebühren auch höher beim Silber. Hier siehst du, wenn du einen Lagerwert bis 50.000 Euro hast, dann liegst du bei jährlichen Lagergebühren von 1,69%. Ab 100.000 sind es dann noch 1,5%. Ganz wichtig, ja, das ist natürlich mit zu bedenken, gerade wenn du langfristig investierst, es summiert sich natürlich, ja, innerhalb von 10 Jahren verlierst du da schon einen beächtlichen Anteil deines Silbers. Allerdings hast du natürlich auch die Lagerung in einem sehr sicheren Ort in diesem Zollfreilager eben. Und ja, das musst du einfach natürlich selber für dich als Investor abwägen. Und unten Platin ist es genau. Ah, okay, hier stehen nochmal die Metalle, die sie handeln, Silber und Palladium und eben Gold und Platin. Gehen wir jetzt nochmal hier unten hin. Hier hast du eben bis 100.000 0,75%. Gold ist natürlich günstiger zu lagern und ab 100.000 bist du bei 0,6% und ab einer Million dann auch bei 0,4% pro Jahr. Halbjährlich 0,2% und monatlich dann eben entsprechend der monatliche Betrag. In den Lagergebühren sind eben 0% Mehrwertsteuer enthalten und es gibt keine Mindestlagergebühr. Also genau, das sind ja alles hier die Dinge, die kannst du dir ja selber noch auf der öffentlichen Website anschauen. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht zu genau darauf eingehen. Das mit dem Switch hatte ich euch ja auch kurz erklärt. Wenn dich das weiter interessiert, hier auch mit den Gebühren, dann drück doch einfach kurz auf Pause, dann hast du hier die Tabelle. Ansonsten würde ich jetzt mal weitergehen auf der Seite. Genau. Gut, schließen wir das wieder. Dann haben wir hier die Hauptseite soweit durch. Wir müssen jetzt natürlich nicht die ganze Seite anschauen. Zum Kinderschatz, das habe ich auch. Eben für die Kinder kannst du das gleiche hier auch anlegen und auch hier eben in die Edelmetalle investieren für deine Kinder. Das Konto läuft dann auch auf dem Namen deines Kindes. Du kannst aber eben angeben, wie möchtest du es haben, wann soll das Kind das Ganze überschrieben bekommen, entweder im Alter von 18 oder wenn du verstirbst. Das kannst du genau angeben und auch deine individuellen Wünsche mit angeben. Das ist hier ganz gut gelöst. Ja, dann haben wir hier noch einiges zu den Edelmetallkursen. Hier können wir mal draufklicken, das ist sicher interessant für dich. Das Zollfreilager in der Schweiz. Also hier eben die Edelmetalllagerung im Zollfreilager Schweiz St. Gotthard. Ein ehemaliger Bunker im Bergmassiv. Genau, und da können wir jetzt einfach auch noch mal tiefer eintauchen. Das ist natürlich ein super wichtiger Aspekt. Wo wird das Metall eigentlich gelagert? Hier dann noch mal zu den Lagergebühren. Das haben wir uns schon angeschaut und Bezahlarten. An der Stelle wichtig noch, wie werden die Lagergebühren bezahlt? Interessant ist hier bei Elementum, du hast nicht monatlich auf deinem Girokonto eine Abbuchung für die Lagergebühren, sondern die Lagergebühren werden prozentual einfach von deinem Silberbestand abgezogen. Das heißt, du bezahlst die Lagergebühren monatlich in Gramm. In Gramm deines Edelmetalls. So, jetzt, das würde mich jetzt selber interessieren, die Bilder hier von dem Zollfreilager, da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Schauen wir mal, was sich hier öffnet. Lagern Sie Ihre Edelmetalle. Okay, Kundiskönig, Topmanagement. Lage, Lage, Lage. Ah, okay, also du findest jetzt keine Bilder vom Zollfreilager. Ah, okay. Bilder vom Zollfreilager, okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, finde ich, dass hier sozusagen steht Bilder vom Zollfreilager und dann gibt es aber gar keine Bilder dazu. Das wäre natürlich schön, hier jetzt ein paar Bilder zu haben, auch gerade, was ja, die geben sich ja auch sehr seriös und da gehört es natürlich schon dazu, dass man den Menschen auch einen Einblick gibt, im besten Fall sogar ein Video, vielleicht mit sogar einer Person von der Elementum, die uns hier einmal durchführt, die uns einfach mal zeigt, wo liegt eigentlich das Silber, wie kann man sich das vorstellen. Ich denke, viele können sich das gar nicht vorstellen, wie so ein Zollfreilager aussieht, wie die Sicherheitsfaktoren sind und so weiter. Also gerade, wenn man hier schon schreibt, man habe Bilder, dann dürfte man die natürlich auch zeigen. Okay, also da hat es jetzt einfach keine Bilder. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen, ein bisschen schade. Wäre natürlich jetzt schön gewesen, ein paar Bilder zu haben, einfach so ein bisschen was Greifbares, weil jeder kann natürlich mit großen Tönen spucken, aber ja, das ist natürlich gerade, wenn hier jetzt jemand noch nicht investiert hat und einfach versucht sich ein Bild von dem Ganzen zu machen, dann wäre das natürlich schön und es ist natürlich auch super interessant, einfach zu sehen, wie schaut sowas aus. Gut, das war ja vorhin schon von dem Eingang und dann hier von dem Gang und dann gibt es eben hier noch eine Sendung dazu. Ja, interessant. Können wir mal kurz reinschauen. Das Schweizer Fernsehen zeigte 2009 die Dokumentation Geheimsache Gotthardfestung. Interessant. Ja, wir schauen mal eben rein. Ich tauche ein in die Vergangenheit, 70 Jahre zurück ins Herz der Schweiz, tief hinab in den Berg, auf der Suche nach seinen Geheimnissen. Aus dem Innen der Alpen wollte sich die Schweiz gegen Hitler verteidigen mit ihrer sogenannten Redwisch-Strategie. Das heißt, es hat jetzt hier gar nicht so direkt mit Edelmetallen zu tun. Wen das interessiert, der kann sich das ja gerne selber anschauen, aber wir bleiben jetzt dann mal eben hier beim Thema. Ich glaube, auf der Seite waren wir dann wahrscheinlich schon. Ah, okay, hier gibt es jetzt noch weitere Informationen zu dem Thema Zollfreilager und die Vorteile. Dann gehen wir hier noch mal eben weiter. Das Management der Elementum. Ja, so weit, so gut. Der kommt mir auch bekannt vor. Von ihm habe ich auch damals die Präsentation gesehen, wo ich mich entschieden habe, hier zu investieren. Und hier eben dann der Herr Bravica, den wir vorhin schon gesehen hatten, auf der Startseite der Gründer. Also, dann die Kontaktmöglichkeit finden wir dann noch hier weiter. Hier steht die Identifikationsnummer des Schweizer Unternehmens und auch die Schweizer Nummer. Jetzt schauen wir noch mal ins Impressum rein. Unten haben wir auch die Elementum International AG. Wir sind ja auch hier auf der Schweizer Seite von der Elementum AG und hier haben wir ja eben noch die Elementum.de. Das heißt, je nachdem, wo wir jetzt hier draufgeklickt haben, werden wir dann auch weitergeleitet auf die Seite der Schweizer Firma. Hier Elementum.de ist, wie gesagt, dürfte jetzt die Elementum Deutschland GmbH sein, genau, die eben in Sindelfingen sitzt. und das ist natürlich auch für deutsche Investoren einfach etwas bequemer. Das heißt, du kannst hier an die deutsche GmbH dann dein Geld überweisen, wenn du investierst und ab dem Zeitpunkt kümmert sich dann die Elementum um die gesamte Abwicklung und die Einlagerung geschieht dann über die Schweizer Firma in das Zollfreilager. Genau, soweit der Ablauf und damit stellen sie auch sicher ihren Informationen nach, dass sozusagen du Besitzer des Silbers bleibst und eben hier die Elementum Deutschland GmbH wirklich nur die Abwicklung macht, dass halt nie irgendwann jemand sagen kann, das Silber sei jemals Besitz der Elementum gewesen. So ist es relativ schlau aufgesetzt oder soll relativ schlau aufgesetzt sein. Ich spreche jetzt hier nur aus dem, was ich noch erinnere aus den Präsentationen von damals und somit hast du eben diese Sicherheit, selbst wenn es der Elementum mal schlecht gehen sollte, dass du einfach Inhaber deines Silbers bleibst und es jederzeit im Zollfreilager handeln kannst, verkaufen kannst, abholen kannst, was auch immer dir beliebt. So, jetzt, was sich wahrscheinlich jeder fragt, der sich hier interessiert, wie schaut es denn eigentlich im Backend aus und da gehen wir jetzt einfach mal rüber. Hier bin ich schon eingeloggt als Kunde. Das heißt, du siehst auch, die Domain ist jetzt eine andere. Hier oben steht auch willkommen Johannes Ungerer und ich bin hier sozusagen in meinem Profil auf der Home-Seite. Ja, wir sind jetzt im Backstage-Bereich und auch hier mag ich mit dir nochmal eben durchgehen. Das interessiert dich sicher, wenn du dich dafür interessierst, hier zu investieren, wie das denn von innen aussieht. Wir sehen als erstes mal die Lagerplatzübersicht. Wir haben hier, wir haben hier etwas Silber drin und Gold habe ich aktuell keins. Jetzt insgesamt habe ich hier jetzt gerade 162,661 Kilo. Also er zeigt es mir immer in Gramm an, also 162.661 Gramm. Das mit der gebührenfreien Einkaufsmöglichkeit, was hat es damit auf sich? Das ist einfach das, was ich sozusagen letztes Jahr an Lagergebühren bezahlt habe. Das ermöglicht mir die Elementum, jetzt im ersten Quartal 2024 gebührenfrei nachzukaufen. Also einfach so, sie nennen es Mehrwert, was sie den Kunden geben, die sozusagen im letzten Jahr halt einiges an Lagergebühren gezahlt haben. Du siehst hier, ich habe fast zweieinhalbtausend Gramm Lagergebühren gezahlt und das ist auch genau das, was ich vorhin meinte. Du darfst nicht vergessen, dass du hier sehr hohe Lagergebühren zahlst, nicht weil sie jetzt bei der Elementum speziell hoch sind, sondern weil du einfach physisches Silber eingelagert hast und das ist aufwendig, das muss bewacht werden, und das hängt mit Kosten zusammen. Das heißt, du hast hier jetzt nicht den Selbstläufer, der dich reich machen wird, sondern Edelmetalle generell sind eine Möglichkeit, dein Vermögen in etwas reinzulegen, wo es nicht weniger wird, wo es gleich bleibt. Du kannst dir heute ein Auto kaufen, umgerechnet mit ein paar Unzen Gold und du konntest dir vor 100 Jahren ein Auto oder vor 50 Jahren ein Auto kaufen mit umgerechnet ein paar Unzen Gold. Wenn du den Dollarkurs oder den Eurokurs herannimmst, dann ist heute scheinbar oberflächlich gesehen ein Auto ja viel teurer. Früher hat ein Auto vielleicht 5000 Euro gekostet, heute kostet es 50.000 Euro oder mehr. Und das ist das, was ich meine. Mit Edelmetallen haben wir die Möglichkeit, Geld in ein Metall zu stecken und das Metall bleibt das Metall. Daran verändert sich nichts. Wenn du stattdessen nur das Geld auf dem Konto hast, wir wissen es alle, der Döner, der heute 6 Euro kostet, der hat halt vor 10 Jahren noch 3 gekostet. Das heißt, nicht der Döner verändert sich, sondern deine Euro auf dem Konto werden weniger wert, weil eben die Zentralbank in Europa zum Beispiel Geld nachdruckt und zwar mehr Geld druckt, als Geld irgendwo anders verloren geht, zerstört wird oder was auch immer. Und dadurch steigt die Geldmenge insgesamt und du kannst es dir vorstellen, der Geldwert verliert. Und das ist natürlich bei Silber und Gold nicht so. Das sind endliche Rohstoffe und die behalten ihren Wert. Was du natürlich verlierst, ganz klar, hier siehst du es, schwarz auf weiß nicht, aber weiß auf Gold, hier siehst du es, das ist das, was ich letztes Jahr verloren habe an Silber, 2,5 Kilo, einfach nur dafür, dass eben diese 170 Kilo eingelagert und gesichert sind. Das ist einfach an der Stelle ganz, ganz wichtig. Wir gehen mal weiter an meinen Lagerplatz, Agentum Premium, das ist ja das Silberlagerplatz, Aurora ist wie gesagt Gold, das habe ich bisher noch nicht genutzt. Und hier steht jetzt auch der aktuelle Lagerwert. Jetzt hatten wir eben bei Silber nicht so die besonders starke Entwicklung im vergangenen Jahr. Das bedeutet, ich bin hier auch tatsächlich vom Lagerwert immer noch weit unter meinem Einzahlungsbetrag. Das wäre natürlich die Prognose oder der Wunsch, dass sich das im Laufe der Jahre natürlich dann steigert. Und hier habe ich jetzt insgesamt in diesem Konto 135.000 Euro eingezahlt und einen aktuellen Lagerwert von 115.000. Ja und das eben nach über einem Jahr. Also ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal, können ja mal schauen, wann ich das erste Mal hier gekauft habe, Rechnung für Silbereinkauf. Das war schon 19. Juli 2021. Ich habe, ah ja, ich habe 525 Euro Einrichtungsgebühr bezahlt und das erste Geld habe ich hier im Juli 2021 eingezahlt und in diesem Jahr dann auch noch einiges nachgeworfen. Du siehst es hier, nochmal 10.000, dann 30.000 und dann 60.400. Das heißt, 21, wir sind jetzt 24, das ist tatsächlich schon weit über ein Jahr her, dass ich hier investiert habe und entsprechend sieht natürlich die Entwicklung, vor allem, wenn man das vergleicht mit anderen Möglichkeiten, die ich gehabt hätte, mein Geld zu investieren, ist natürlich die Entwicklung hier wirklich, muss man sagen, sehr, sehr, sehr schwach und gleichzeitig ist es ein sehr langfristiges Investment, aber es lässt mich nicht anders sagen, als dass es natürlich eine schwache Entwicklung ist. Ja, wenn ich vor mehreren Jahren hier 135.000 Einzahl und ich heute in 2024 sehe, es sind immer noch 115.000, das ist natürlich schon schwach, vor allem, wenn man auch noch die Inflation mit einberechnet, die in dieser Zeit stattgefunden hat. Keine geile Entwicklung, da blutet mir als Unternehmer ganz eindeutig das Herz und ich bin froh, dass ich auch noch anderweitig investiert bin in anderen Bereichen, die eben entsprechend ein bisschen besser performt haben. Genau, wir gehen mal weiter. Hier hast du auch noch mal Vollmachtsformular, diese Sachen musst du dann alle, diese Bedingungen und so musst du alle erfüllen und dann hast du hier die grüne Ampel und sobald überall die grüne Ampel ist, kannst du eben hier investieren und ja, Vollmachtsformular, falls du es brauchst, Gebührenliste, haben wir uns schon angeschaut, Lagergebühren und Ein- und Verkauf, Anlagegeld, das ist das Überweisungsformular mit der IBAN, wo du dann das Geld hinüberweist, Dauerauftrag gibt es auch die Möglichkeit und dann hier dein Lagerplatzzertifikat. Das können wir uns noch eben anschauen. Im Falle eines Internetausfalls dient dieses Zertifikat als Nachweis für den bei Elementum rechtmäßig eingetragenen Eigentümer der Edelmetallbestände. Genau, Lagerplatznummer 7443, das ist eben meine Lagerplatznummer und hier die Unterschrift vom Herrn Bogener, dem Geschäftsführer. Gut. Also, dann machen wir mal weiter. Aurora, für die, die in Gold investieren wollen, habe ich wie gesagt nichts. Da sind die Gebühren natürlich niedriger, allein schon aufgrund des geringeren Gewichts und damit auch weniger Logistikübersicht. Alles klar, das haben wir jetzt gesehen. Und Familienschatz, das ist auch noch die Möglichkeit, wenn du eben für eins deiner Kinder einen Lagerplatz öffnen möchtest, kannst du das kostenfrei, soweit ich informiert bin, tun. Einfach ein weiteres Konto, ich habe noch eins für meine größte Tochter, die Lia. Genau, und dann kommen wir jetzt weiter zu den wichtigen Informationen, Mittelverwendungskontrolle. Hier eben die Bestätigung, dass die Mittel, also die Edelmetalle, auch tatsächlich eingelagert sind. Können ja hier mal gehen, Mittelverwendung Silber, die aktuellste, vom 11. Januar 2024. Hier arbeiten sie zusammen mit den Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft in Sindelfingen. Was ich hier noch dazu sagen möchte, was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat vor ein paar Tagen, was ich da gesehen habe, eben, dass hier auf der Seite steht, dass sie eben von einem Schweizer Unternehmen auch geprüft werden. Das muss ich jetzt gleich noch mal genau raussuchen, wo das genau war. Und das fand ich ein bisschen komisch, denn hier stand dann sozusagen, dass sie überprüft werden von der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder drittgrößten in der Schweiz. und dann, wo ich hier reingeschaut habe, habe ich gesehen, eigentlich ist es eine deutsche Gesellschaft, die hier für die Mittelverwendung, die das Ganze kontrolliert. Das durchblicke ich persönlich nicht so ganz, was ich schade finde, wenn es eben, ja, wenn ich als Laie das nicht so einfach durchblicken kann. Es wäre natürlich irgendwie schöner, wenn hier dann auch im Backend dasselbe wäre, wie es eben vorne auf der Webseite, ich muss das nochmal raussuchen und dann hier einfach am Ende nochmal einfügen oder hier rein einfügen. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich das jetzt ewig suche, aber das finde ich so ein bisschen komisch, dass ich dann hier plötzlich eine ganz andere Gesellschaft sehe und auch eine viel kleinere natürlich, einfach eine deutsche Steuerberatungsgesellschaft, die auch, und das fand ich auch ein bisschen komisch, wie gesagt, ich möchte in diesem Video wirklich auch alles zeigen. Wenn wir hier ein bisschen runtergehen, auf Mittelverwendung zum Beispiel hier, im Jahr 2022, okay, das ist jetzt noch relativ aktuell, aber wenn wir mal weiter runtergehen und ein paar Jahre zurück, hier zum Beispiel 19. Juni 2018, Klinger und Kollegen, also dasselbe Unternehmen, wenn wir aber hier mal rechts hinschauen, wer hier eigentlich Steuerberater ist, dann haben wir Hans Schmutzer und Daniel Boch und wenn wir jetzt mal uns auf das Aktuelle anschauen, das hat mir ein bisschen stutzig gemacht, haben wir hier völlig andere Namen, also hier sind jetzt drei Steuerberater, Oliver Jakob, Robert Buffler und Kai Bentele, dass sich mein Steuerberater in einer Kanzlei verändert, ist natürlich klar, aber innerhalb der paar Jahre, dass sich einfach die komplette Belegschaft an Steuerberatern ändern, finde ich ein bisschen komisch und das eben in Verbindung mit dem, dass eben hier auf der Startseite der Elementum steht, dass sie von eben einer großen schweizerischen Prüfungsgesellschaft geprüft werden und dann aber im Backend tatsächlich diese Klinger und Kollegen sind. Vielleicht gibt es noch eine weitere Prüfung, die ich übersehe, von der ich nichts weiß, allerdings ich habe mich hier schon ein bisschen durchgeklickt und da habe ich bisher so nichts drüber gefunden, ja und bei wichtiger Information, das Einzige, was mir angezeigt wird, ist eben hier die Mittelverwendungskontrolle und das sind alles so Sachen, die machen mich schon sehr, sehr stutzig, also bis ich das Video hier hochgeladen habe, werde ich tatsächlich auch einen Großteil meines Geldes aus Elementum rausnehmen und damit komme ich auch mehr oder weniger zum Schluss des Ganzen. Ich finde, die Idee hinter Elementum ist wirklich genial, allerdings gibt es so viele Dinge, die mich hier stutzig machen und ich habe mittlerweile auch einfach andere Investmentmöglichkeiten für mich finden können, finden dürfen, die wesentlich besser sind oder für mich einfach wesentlich besser funktionieren und deswegen kann und möchte ich an der Stelle keine Empfehlung aussprechen, allerdings habe ich auch Stand jetzt absolut nichts gegen die Elementum einzuwenden. Ich werde jetzt natürlich schauen, wie es jetzt sein wird, wenn ich jetzt dieses Geld auch auszahlen lasse, wie das dann aussieht, ja, ob das genauso leicht geht, wie sie es auch eben angeben oder eben nicht, da würde ich dann natürlich, falls es nicht der Fall sein sollte, hier das Video noch erweitern, ich gehe mal davon aus, das wird alles funktionieren, weil soweit macht das Ganze einen super soliden Eindruck und wenn du als Investor weißt, du möchtest gerne in Silber investieren und das ist dein langfristiger Ansatz und du bist mit den Lagergebühren und all den anderen Gebühren einverstanden und auch mit diesen, ich nenne sie jetzt mal kleine Wehwehchen, es kann auch sein, dass ich was übersehe, aber auch dann, selbst, ich bin ein sehr sorgfältiger Mensch und wenn ich Dinge übersehe, dann stehen sie nicht an der richtigen Stelle, so denke ich zumindest, es kann man jetzt sagen, dass es sei arrogant oder so, aber ich habe jetzt schon diese Schweizer Firma tatsächlich angeschrieben, ob das stimmt, dass sie hier die Elementum überprüfen, hier steht es übrigens, unabhängige Prüfung, jetzt habe ich es gefunden, sehr gut, da muss ich es nachher nicht mehr suchen, die drittgrößte unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Schweiz, die BDO AG überprüft die eingelagerten Kundenbestände und die konforme Versicherungsdeckung jährlich, sodass eine unabhängige Inventur für den Kunden gewährleistet ist. Genau. Die BDO habe ich wie gesagt auch schon angeschrieben, ob das der Wahrheit entspricht und ansonsten, ich finde es ein bisschen komisch, dass ich dann im Backend halt nicht die BDO habe, sondern die Klinger und Kollegengesellschaft aus Deutschland. Naja, das muss jeder einfach selber auch wissen, auf jeden Fall natürlich investieren, bedeutet immer auch, sich damit zu beschäftigen, in was man investiert, sich da die Zeit zu nehmen und mein abschließendes Urteil für die Elementums, soweit hat immer alles funktioniert, in dem Sinne, ich habe das Geld überwiesen, es wurde eingelagert und seitdem läuft es soweit und dass eben in St. Gotthard auch tatsächlich dieses Zollfreilager besteht, das glaube ich auch. Ob jetzt dort tatsächlich physisch das Silber liegt, das habe ich selber noch nie mehr angeschaut, da muss ich mir natürlich, wenn überhaupt, an die eigene Nase fassen, aber sie sagen zumindest ja auch, dass du dort auch vor Ort dein Silber persönlich abholen kannst, dann besteht bestimmt auch die Möglichkeit, dass du dir dein Silber auch anschaust. Ja, und alles in allem, denke ich, gibt es ein ganz gutes Bild, zumindest zu meiner Erfahrung, die ich mit der Elementum habe. Es funktioniert soweit alles, allerdings, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wenn es Kleinigkeiten sind, wie gesagt, es ist schwierig einzuschätzen aus der aktuellen Perspektive, es gibt so ein paar Sachen, die, ja, die ich ein bisschen schwierig finde an dem Ganzen und ich denke, dabei belasse ich es. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Spezialfolge vom Glaubenssatz Gemetzel und ich wünsche dir einen richtig schönen Tag und, ja, gute Investmententscheidungen. Bis dahin, dein Johannes. Ciao. Ciao.